Hallo, mein Name ist Felix. Kommen Sie mal mit. Als Architekt ist es wichtig, immer die besten Produkte im Blick zu haben. Mit Schlüter Systems arbeite ich schon lange. Und es lohnt sich, mal etwas genauer hinzuschauen, denn über die Zeit hat sich ganz schön was getan. Werfen wir doch mal gemeinsam einen Blick auf Schlüter Systems. Weltmarktführer für Systemlösungen rund um die Fliesenverlegung. In einem Riesensortiment in sechs verschiedenen Kompetenzfeldern finden Kunden aus aller Welt intelligente Lösungen und haben damit mehr Spaß mit Fliesen. Hiermit hat Mitte der 70er Jahre alles angefangen. Der Schlüterschiene. Im Jahre 1975 stand der junge Fliesenlegermeister Werner Schlüter vor einer besonderen Aufgabe. Bei der Renovierung eines Badezimmers musste an fünf Türen ein sauberer Übergang von den Fliesen zu den angrenzenden Belegen erstellt werden. Das war die Geburtsstunde der Fußbodenschiene, die unter dem Markennamen Schlüterschiene bis heute auf der ganzen Welt als Gattungsbegriff für Abschlussprofile gilt. Und viele weitere Schlüterinnovationen sollten folgen. Das Portfolio von Schlüter Systems umfasst mittlerweile mehr als 10.000 praxiserprobte Detail- und Systemlösungen für die Verlegung von Fliesen und Natursteinen. Systemlösungen von Schlüter Systems schaffen tragfähige und dichte Verbundkonstruktionen mit Fliesen auch auf kritischen Untergründen. Das umfassende Sortiment aus Randabschlussprofilen, Entwässerungsrinnen, Drainage-, Entkopplungs- und Abdichtungssystemen ermöglicht wartungsfreie und funktionsgerechte Lösungen für die unterschiedlichsten Konstruktionen oder sorgt für rissfreie und funktionssichere Schwimmende Estriche und Heizestriche. Der beheizte Keramik-Klimaboden Schlüter Becotec Therm bietet eine dünnschichtige, energiesparende und schnell reagierende Fußbodenheizung. Die einfach zu verarbeitenden Elemente sind perfekt für die Anforderungen der Baustelle abgestimmt. Mit der innovativen LED-Technologie werden Räume individuell. Und natürlich bieten Schlüter-Profile nach wie vor eine ideale Kombination aus Funktionalität und Design und sorgen so für schützende und ästhetische Abschlüsse. Als global agierendes Familienunternehmen mit über 1000 Mitarbeitern an 10 Standorten weltweit ist sich Schlüter Systems seiner sozialen und umweltpolitischen Verantwortung bewusst. Produkte von Schlüter Systems stehen für Qualität made in Germany. Die richtigen Produkte in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt auf der Baustelle. Auch so eine Herausforderung, der sich ein global aufgestelltes Unternehmen heute stellen muss. Damit das funktioniert, sorgt die praxisorientierte Logistik dafür, dass Bestellungen, die bis 10 Uhr bei Schlüter Systems eingehen, noch am gleichen Tag das Versandlager verlassen. Die Lagerhaltung arbeitet mit vollautomatischen Hochregalsystemen, die so ausgelegt sind, dass Bestellungen unterschiedlicher Größenordnungen sofort auf den Weg zum Einsatzort gebracht und auch Großprojekte kurzfristig beliefert werden können. Was 1975 mit der Erfindung der Schlüterschiene begann, ist auch heute noch Antrieb. Schlüter Systems entwickelt hochwertige Produkte und innovative Systeme aus der Praxis für die Praxis. In der Forschungs- und Entwicklungsabteilung werden Problemstellungen der Branche analysiert und daraus Ideen für innovative Lösungen entwickelt. Aus der Praxis für die Praxis. Das war die Antriebsfeder für Werner Schlüters geniale Idee mit der Schiene. In zweiter Generation führen Marc und Udo Schlüter das von Werner Schlüter und seiner Frau Barbara gegründete Unternehmen fort. Dabei wird Wert auf langfristige Partnerschaften mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten gelegt. Vertrauen, Eigenständigkeit und gegenseitige Unterstützung prägen die Unternehmenskultur. Internationale Projektteams arbeiten Hand in Hand und entwickeln gemeinsam Ideen, Strategien und Produkte für den Erfolg von Schlüter Systems. Nicht nur gute Ideen, auch das Können und Wissen der Mitarbeiter haben maßgeblich zum Erfolg von Schlüter Systems beigetragen. Ein Erfolg, der auch Verpflichtung und Herausforderung ist, dieses Wissen zu teilen. Aus diesem Grund wird hier investiert in die permanente Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, sowie der Marktpartner in Handel und Handwerk. Für Planer, Händler und Verarbeiter bietet Schlüter Systems im modernen Schulungszentrum ein breites Programm von praxisnahen Seminaren, die sich an den aktuellen Branchenthemen orientieren. Mit vielen innovativen Ideen hat Schlüter Systems in den vergangenen Jahrzehnten die Branche verändert. Und auch weiterhin wird das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von intelligenten Systemprodukten für die Fliesenverlegung einnehmen. Dank kontinuierlicher Entwicklungsarbeit, unternehmerischen Weitblicks und stetigem Wachstum, sorgt Schlüter Systems auch in Zukunft weltweit für mehr Spaß mit Fliesen. Mit vielen innovativen Ideen hat Schlüter Systems in den vergangenen Jahrzehnten das Brücken, nochmal. Bei der Renovierung von F- und auch weiterhin wird das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der Blablabla Ideenfindung. In zweiter Generation wird das Unternehmen von Mark und Udo Schlüter, jetzt habe ich den Satz falsch gesagt, bevor sie auf F- wäre so ein global aufgestelltes Unternehmen heute stellen uns. Einen Einen Untertitelung des ZDF, 2020